Ja, schönen guten Tag, Halbkommiss Reni, mein Name. Allgemeine Verkehrskontrolle, wir suchen heute mal nach Drogen. Machen Sie bitte mal den Kartoffel einmal, ja? Ja, okay. Ach nee, was haben wir denn da? Eine Leiche. Na, da können Sie aber froh sein, dass wir heute nur nach Drogen suchen, mein Freund, was? Gute Wetterfahrt! Doch Reni in der Polizeikontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle, sind Sie einverstanden mit dem Drogentest? Ja, 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 kein Problem. Wunderbar, Frage 1. Nehmen Sie Drogen? Nein, nein. Wunderbar, Test bestanden, gute Fahrt. Super, tschüss. Doch Reni in der Polizeikontrolle. Ja, schönen guten Tag, ich würde gerne einmal... Ei, 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 das riecht aber ordentlich nach Alkohol in Ihrem Auto. Was? Ich riech gar nichts. Sind Sie einverstanden mit dem Alkoholtest? Ja, ja, kein Problem, klar. Gut, diese Flasche bitte einmal bei Echsen. Alles klar. Immer weiter. Schön auf Echsen. Wunderbar, betätigen Sie mal der Hüppe. Tja, läuft doch, Test bestanden würde ich sagen. Schöne Wengefahrt. Doch Reni in der Polizeikontrolle. Schönen guten Tag. Na, junger Mann, gerade erst einen Führerschein gemacht, was? Ja, äh, wieso? Sieht man das an meiner Fahrweise? Na ja, äh, gut. Fahnt einfach ein bisschen fütziger, ja? Alles klar. Schönen Tag noch. Okay, danke. Doch Reni in der Polizeikontrolle. Oh, ho, 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 ho. Na, frischer Tatertapf würde ich sagen. Hör, Marianer am Steuer, das wird teuer. Keine Sorge, riechen Sie mal, das ist normaler Tabak. Sie qualmen hier das Auto voll und was ist mit den Kindern hinten? Kein Problem, die Kinder dürfen gleich auch mal ziehen. Na, ich wollte schon sagen, nicht so egoistisch, stellen, mein Freund, an die Kinder soll gedacht werden, ne? Ja, Mann. Ja, wo soll's denn hingehen? Syrien. Nach Syrien? Wieso nicht? Also um diese Jahreszeit ist es da verdammt heiß, das wissen Sie schon. Ja, Mann. Nehmen Sie diese Sonnencreme hier mit. Sicher ist sicher. Dankeschön. Alles klar. Viel Spaß in Syrien. Tschüss. Danke, tschüss. Doch Reni in der Polizeikontrolle. Guten Tag, Polizei, weiße Buhren. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel dabei? Ich hab eigentlich alles dabei, was wollen Sie? 50 Gramm Koks, 100 Gramm Mariana, bitte. Kein Problem. Dankeschön. Das war alles gut bei Ihnen. Doch Reni in der Polizeikontrolle. Ja, schönen guten Tag, also. Ihr Auto ist ja nicht wirklich fahrtauglich, was? Oh, nee, was ist denn los? Ist mein Licht vorne rechts schon wieder kaputt, oder was? Können Sie mal nach oben? Ihr doch fehlt. Ach du Scheiße, wann ist das denn passiert? Kann während der Fahrt abgerissen sein. Das ist ein Totalschaden. Ja, so können Sie natürlich nicht weiterfahren, das ist Ihnen hoffentlich klar. Scheiße, bestimmt ein Vogelgegen geflogen und dann alles kaputt gegangen. Kann auch sein, dass Sie das Auto schon halb gekauft haben. Da geht grad eine östeuropäische Gaunerbande rund und verkauft halbe Autos. Scheiße, das kann auch sein, ja. Und ich wundere mich über die Feuchtigkeit in diesem Auto. Doch Reni in der Polizeikontrolle. Schönen guten Tag, Polizei, weiße Buhren. Mehrfacher Mörder ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. So ähnlich sieht er aus. Haben Sie ihn irgendwo gesehen? Äh, äh, ja, äh, ja, äh, äh, da, da vorne läuft er! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt von diesem Video, dann geht doch einfach mal unten in die Videobeschreibung und geht zu Timtastics Kanal, da findet ihr nämlich den zweiten Teil. Ähm, eine Neuigkeit gibt's noch und zwar gibt's meine Videos jetzt auch auf Spotify. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr mich dort auch abonnieren, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und alles Gute, bis dann, tschüss! Bis dann! Bis dann!